Ach komm Irish, ich hab eigentlich auch nicht das Gefühl, dass... Ich bin jetzt hier oben, ihr könnt da unten Kaffeegrenzchen halten, ich mach das schon. Das ist ein Lager, Brecker. Ja. Was haben wir noch für Gadgets? Ja, kann man benutzen, kann man so stehen lassen. Feuer bestätigt. Feuer. Beide erledigt. Was? 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 Wie sieht das nicht so gesund aus, dass ich mich hier verstecke, Leute? Was bewegt ihr euch eigentlich nicht? Okay. Okay. Weiter. Weiter. Warum? Weiter, 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 Jungs. Ja, es kommt halt hoch, Jungs. Ja, wir sind vier gegen eine Armee. Wir haben es gewonnen. Kommt schon, Leute. Okay. Ach du heilige Scheiße, sind hier viele. Über uns geht gerade ganz China. Also, auf uns geht gerade ganz China. Machen wir mal den da. Wie viele muss ich hier killen? Wir müssen da runterpacken. Squad-Kill. Okay. Komm raus, du elende Pussy. Komm mal. Okay. Ich sehe nichts. Wir gehen hoch. Tod. Natürlich erwische ich sie. Aber ich brauche Ammo. So viel scheint hier auch nicht mehr los zu sein, wie ich gerade sehe. Okay, okay. Wir werden uns schon nicht unterkriegen lassen. Flankieren. 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 Leute. Vom wo? Du Hurensohn. Ist das da auch eine Fotze? Ja. Ich erledige die weiten Ziele. Ja, wir helfen dir. Ja. Alter. Mann, leg dich doch mal hin. Mann, der frisst Kugeln alle, als ob er sie zum Frühstück gehabt hätte. Jetzt müsste es doch langsam hier ein Ende haben. Heil mich. Du hast gelitten. Okay, das müsste es gewesen sein. Der Raum scheint leer. Ja. Ah, ne. Okay. Alles tot. Okay. Haben wir es tatsächlich geschafft. Da geht's raus. Los in den Wagen. Sehe Hilfe aus. Bist du bereit? Ich muss die vier jetzt abfeuern. Warum so Pinker fährst du? Schick sie in die Hölle, Garrison. Okay, los, los, los. Oh. Oh. Fahr uns in Sicherheit Ach du Kacke Was stimmt bei den Amis nicht Dass die sich gegenseitig so ab Was stimmt bei den Amis nicht? 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 Wir haben nicht genug Ressourcen um alle Verwundeten Das von Cheng kontrollierte Gebiet liegt hinter uns Doktor Aber es ist noch nicht vorbei Wir brauchen all unsere Leute einsatzbereit Und Tombstone Sir Sie sind nicht unter den Toten Oh Scheiße Okay okay Was noch? Wenn sie erwischt werden Wie stehen die Chancen? Wenn Shang sie hat Werden wir sie vermutlich nie wiedersehen Tja Kumpel aber Tombstone gibt es noch Und wir sind Ja Wir werden Wir werden nicht sterben Und wir werden uns wiedersehen Garrison Und wir werden uns wiedersehen Dann gehen wir, nicht mehr Wenn Passav 문제 auf Ich Ich rede! Was soll ihr denn bestodeln, Jagai? Kipfel Iris Grace, Sarsen, herz! Lass ihn in Ruhe, du Kackerschein! Hanten Sie mich darauf, Sarsen! Rekka! Rekka, bleib bei mir! Bleib bei mir, Rekka! Ich schnau dir deine Scheiß-Armer! Und dann werde ich die Spion schlappe Herren erfinden und sie damit zum Preis schlagen! Sie und ihren Scheiß-Ehemann! Ihem Mann? Was für ein Mann? Drehen Sie jetzt durch? Du hältst mich für blöd, was? Der Typ mit dem Verband? Ich weiß! So, er lebt noch. Dein Schiff ist die USS Valkyrie, richtig? Was? Was zum Teufel redest du? Du hast keine Ahnung, wen du aus Shanghai rausgeholt hast, was? Du hast keine Ahnung, wen blöd? Halt? Mei schockiert! Erle, wänt? Rekka! Rekka! Du wänt, eich lekt!!! Rekka! Rekka! Du sagten das Ich dein Name! Du bist etwa Sibar! Ich höre sie reden. Über dich. Über Gin-Jerry. Sie sagen, du wusstest etwas. Ey, Satrin, aufwachen. Du bist Amerikaner, schon vergessen? Die Echt, du dein Land, wird dich retten? Oh nein, du wirst hier verrotten. Du hast keinen Grund, mir zu trauen. Aber ich kann auch nicht alles allein erledigen. Eine Kette ist nur so stark, wie ihr schwächstes Glick. Du bist stark und hast die Fähigkeit, uns aus diesem Loch rauszubekommen. Also vertraue ich dir. Verstehst du? Es sei denn, du willst den Gestank hier unten auch in den letzten Stunden deines Lebens riechen. Wenn man, wie ich, die nukleare Explosion überlebt hat, oder für die Freiheit zu machen, du es von dir behauptest, dann wartet man nicht drauf, dass man im Gefängnis bleibt. Was ist hinter dieser Mauer, ha? Gefängnis oder Freiheit? Ich bin nicht noch geändert. Na doch, doch. Mirna! Oh, Scheiße! Los doch, wo du fähig bist. Klär da! Los doch! Los doch die Vora! Los doch. Los doch discrimin influenced! So. Die Vora, Fahräuber. Counters. Tolstab aus! Oh, Scheiße! Das ist einigo! Das ist geil, so eine Mission. Gut, wenn wir zusammenbleiben, überleben wir. Das hoffe ich doch mal. Ansonsten sieht es halt nicht so gut aus für uns. Wir müssen aber auch Irish. Nimmt er sich jetzt die Waffe oder ich? Er nimmt sie sich natürlich. Tut gut, wieder das zu tun, was ich am besten kann. Deine Anwesenheit ist ein Geschenk für mich. Hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Von Turm in der Mitte kann man alle manuellen Schwerse eröffnen. Und aus können wir hier alles aufmachen. Vorsichtig jetzt. Schalt die Uhr raus. Leise. Die Wachen leise ausschalten. Okay. Waffe. Haben wir aber keine Munition, oder was? Wow. Gleich drei Stück. Kein Stress, ich bleib unten. Erstmal in der Dunkelheit bleiben, Kumpel. Mach das das weg. Komm her. Komm her. Habe ich noch mehr Muni? Okay. Sechs Schuss ist nichts. Aber immerhin ist der Typ schon mal tot. Wir erledigen alles außenrum erstmal. Ninja Style. Ninja Style. Ninja Style. Ach Quatsch. Ist da jemand auf uns aufmerksam geworden? Und da kommt das zweite Licht. Und da kommt das zweite Licht. Verschindet. Und da kommt das andere. Okay. Aber den holen wir uns so. Okay. Feind eliminiert. Feind eliminiert. Die zweite. Da kommt der nächste in meine Richtung, oder? Wieso kann mich irgendjemand sehen? Okay, jetzt geht's gleich los, Leute. Hier ein bisschen Assassin's Creed-like. Ein bisschen. Kann man hier noch irgendeinen Spionage-Kill machen? Oh. Soviel zum Thema. Bleibt getarnt. Bleibt getarnt. Nicht ganz geschafft, ne? So viele können hier gar nicht mehr sein. Ich habe schon einiges umgelegt am Personal. Hoffe ich mal. Die G-Dampen fliegen höher. Und wir fliegen mitten aus. Tod. Oh, Zucker, wie viel Kraft. Was soll? Ja, äh... Ach, da ist er. Äh... Wir müssen zum Aufzug. Verstärkung. Bussi! Ach, Drecksnoten-Schweine. Bussi, Autor. Hrrr. Schreinbar.